Weiterleben müssen, auch wenn einem das Leben nicht mehr lebenswert erscheint, zum Beispiel wegen einer unheilbaren Krankheit. Das ist eine große Angst vieler Menschen. Doch die gesetzliche Lage in Deutschland zur sogenannten Suizidbeihilfe ist derzeit unklar. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020. Es hatte ein pauschales Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt und auf das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verwiesen. Seitdem wird im Bundestag über eine mögliche Folgeregelung diskutiert. Jetzt hat eine fraktionsübergreifende Parlamentariergruppe einen Gesetzentwurf vorgestellt. Meine Kollegin Kirsten Gerhardt hat mit Martin Schmidt aus dem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen und ihn gefragt, was derzeit erlaubt ist und was nicht. Sie haben es gerade schon gesagt, das steckt eben mitten in so einer Grauzone, seitdem das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Beihilfe zum Suizid aufgehoben hat. Also man muss da unterscheiden, die aktive Sterbehilfe, also dass ein Dritter ein tödlich wirkendes Medikament direkt verabreicht, die ist ohnehin verboten. Aber eben dieses Verbot, dass ein Dritter jemandem ein Medikament verschreibt und das er dann selber einnimmt, das ist eben aufgehoben. Und das steckt so ein bisschen in der Grauzone, weil es keine neue Regelung dafür gegeben hat, ist es jetzt also offiziell erlaubt oder nicht. Es gibt auch weiterhin kein Recht darauf, dass einer Person jemand solch ein Medikament verschreibt. Da gab es schon Klagen von schwer kranken Personen, die wollten so ein Medikament verschrieben bekommen haben, haben aber keinen Arzt gefunden, der es gemacht hat. Und dieses Recht auf dieses Medikament hat ihnen das Gericht auch nicht zugesprochen. Also das steckt alles sehr in einer Grauzone und eben dafür soll es jetzt eine gesetzliche Neuregelung geben. Und was sieht der Entwurf der Parlamentariergruppe vor, der heute nun vorgestellt wurde? Ja, man muss einmal vorweg sagen, dass eben diese Frage ja eine große ethische Frage ist. Und das hat Tradition im Bundestag, dass man für diese Fragen den sogenannten Fraktionszwang, der so indirekt ja immer besteht, aufhebt. Und dass die Parteien, die Abgeordneten unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit sich da entscheiden können. So sind also alle diese Initiativen, die jetzt da sind, auch größtenteils fraktionsübergreifend. Heute eben ein Entwurf einer Gruppe, beziehungsweise ursprünglich zwei verschiedener Initiativen, die unterschiedliche Ansätze haben, die aber in die gleiche Richtung gegangen sind. Und die haben sich jetzt zusammengetan, um eine größere Schlagkraft mit ihrem Gesetzentwurf zu entwickeln. Das ist jetzt eine Gruppe, die tatsächlich ein Recht fordert, um solch eine autonome Entscheidung zu treffen, sein Leben frühzeitig zu beenden. Und es gibt zwei Wege, die Sie sich wünschen würden, also die in Ihrem Gesetzentwurf jetzt drinstehen. Zum einen der Weg über eine Beratung. Also eine Beratung ist verpflichtend für eine volljährige Person, die entweder Staatsbürger ist oder die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, mindestens volljährig ist. Die muss eine Beratung wahrnehmen, dann drei Wochen warten, also nochmal eine kurze Frist. Und erst dann bekommt sie dieses Medikament gegen die Bescheinigung der Beratung, hat aber auch nach der Beratung längstens Zeit, zwölf Wochen zu warten. Also in dieser Zeitspanne zwischen drei und zwölf Wochen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg gilt für Härtefälle, also Personen, die im Zweifel selber solch eine Beratung gar nicht mehr wahrnehmen können. Da müssen zwei Ärzte, Ärztinnen unabhängig voneinander diesen Härtefall feststellen. Und auch dann soll es das Recht zu dieser autonomen Entscheidung für das Ende des Lebens der Person geben. Dafür sollen dann auch bundesweit ein großes Netz an Beratungsstellen aufgebaut werden. Genau das ist die Vorstellung dieses Entwurfs, der heute vorgestellt worden ist. Und wie sehen die Chancen für diesen Vorstoß aus? Ja, das lässt sich noch nicht so richtig sagen, weil eben kein Stimmungsbild unter allen Parlamentariern da eingeholt worden ist und man eben schlicht nicht da nur nach den Parteien gehen kann. Es gibt eine große Gruppe, die einen anderen Entwurf verfolgt, die nämlich eigentlich das Strafgesetz, die das weiter über das Strafgesetz regeln möchte und die es grundsätzlich erstmal skeptischer sieht. Demnach soll ein Verbot der geschäftsmäßigen sogenannten organisierten Sterbehilfe weiterhin bestehen bleiben oder wiederkommen, sogar mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Aber es soll zumindest dann nicht rechtswidrig sein, wenn bestimmte Wartezeiten erfüllt sind. Also mindestens zwei Fachärzte für Psychologie, für Psychiatrie oder Psychotherapie müssen demnach zuerst kontaktiert werden. Dann muss eine weitere Beratung wahrgenommen werden und erst dann soll es eine Möglichkeit bestehen, straffrei solch ein Medikament zu bekommen. Auch ein Verbot für Werbung für einen solchen Weg soll es geben. Also einen deutlich restriktiveren Weg, eher quasi den Gegenentwurf dazu. Der kommt auch aus einer sehr großen Gruppe. Wie da genau das Gewicht ist, das weiß man noch nicht. Noch vor dem Sommer soll es aber im Bundestag dazu Beratungen geben und vielleicht lässt sich da absehen, in welche Richtung es gehen könnte. Und wie sehen die Reaktionen von Patientenseite aus? Da gibt es genau wie in der Politik auch sehr unterschiedliche Seiten. Also von der Stiftung Patientenschutz, die sieht das Ganze sehr, sehr skeptisch. Die würde am liebsten auf so eine klare Regelung verzichten, weil sie das Gefühl hat, wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, dann führt das zu einer Art von Normalisierung, so einer Beihilfe zur Sterbehilfe. Und dass dies eben dazu führen könnte, dass das deutlich mehr Menschen wahrnehmen oder dass da die Hemmschwellen sinken. Es gibt aber auch eine andere Gesellschaft, beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Die sieht es genau andersrum. Die möchte diese Möglichkeit des Notausgangs, die stehe jedem zu. Und sie fordert diese Medikamentenabgabe eigentlich auch schon ohne eine vorherige Beratung. Dankeschön, Martin Schmidt nach Berlin.